Ein Hallo und herzliches Willkommen zurück zu GeForce Agenten mit Abyss. Wir befinden uns in der Produktionsanlage. Also immer tiefer und tiefer. Beim letzten Mal hätten wir fast den Schleudergang einer Waschmaschine durchmachen müssen. Aber Gott sei Dank hat auch das irgendwie funktioniert. Mal eben kurz gucken. Geht zur Chip-Produktion. Okay, okay. Gut, jetzt ist hier aber eine Wand. Und hier ist ein Hebel. Vielleicht hängen die ja... Achso, ciao. Ja, okay, gut. Dass das jetzt so simpel sein wird, hätte ich jetzt nicht gedacht, um ehrlich zu sein. Aber gut. Okay, gut. Was passiert hier? Das sieht aus wie Flipper. Tun die weh? Speichern. Gerne. Danke. Na schön, Juarez. Ich bin bei der Chip-Produktion. Das zeigen deine Scans. Der Chip-Produktionsprozess ist in drei Phasen unterteilt, Davin. Du wirst sie der Reihe nach abstellen müssen, bevor du zum Energiegenerator gehen kannst. Dann werde ich genau das tun müssen. Ich gehe nun zu Phase 1. Ich sehe nix. So. Ähm. Freunde. Ich... Weiß nicht, wo ich hinlangen muss. Ventilator. Die Kamera schon immer so... Haa. Ungenau wollte ich sagen. Ja. Oh ne. Nicht der Müllzerberster. Der... Der... Au... Au... Ich kann hier durch, er aber nicht. Okay. Gut. Alles klar. Das bedeutet, ich brauche dich. Warte. Warte. Wow. Hey Leute, die Maschine hier ist deaktiviert. Habt ihr eine Idee, wie ich sie per Hand zum Laufen bringe? Was? Komm schon, die. Das sind doch Unplagen. Du erinnerst dich an unser Cardio-Training, all die Stunden im Laufrad? Also fang an, deine Beinschen zu benutzen. Achso. Okay. Ich, äh... Ich, ich verstehe. Ich, ähm... Ich bin ein 1A-Schütze, man merkt es. Schießt ihr mal mit Controller? Ich bin, äh... Perfektionist in Call of Duty. Und, äh... Call of Duty auch. Aber was ist das denn? Ja, freundlichen Keks, Alter. Schürt. Da ist es. So. Ne. Der Rasierer von Philips hält jetzt die Klappe. Ist das klar? Gut. Der sieht halt echt aus wie von Philips. Kleines Gesundheitspaket. So, was haben wir jetzt hier diese Kisten gebracht? Oh. Wo ist denn mein magnetischer Ender-Haken? Hallo, wie kann ich denn... Achso, ich muss... Entschuldigung, ich muss eine Taste gesetzt halten. Jorum, jorum. Okay. Was bringt mir das? Muss ich da hoch? Maybe there is something. Ding. Aber nicht, wenn die Kamera so kacke ist. Da kommt es nicht hoch. Okay. Sollte ich vielleicht meine... Monikation... Ähm... Ja, okay. Das muss ich jetzt den ganzen Namen... Gut. Ähm... Ja, ich stehe vor einem Rätsel... Wo ich das Gefühl habe, dran zu verzweifeln. Ähm... Ja, dann kann ich, glaube ich, getrost... Ähm... Danke. Hier weiter. Oh wow. Oh wow. Oder auch doch nicht, weil ich... Nämlich... Achso, doch. Ich hab nichts gesagt. Ich hab... Ich hab nichts gesagt. Okay? Ich habe... Nichts dergleichen gesagt. Rechts oder links? Hinten oder vorne? Ich mag es ja lieber von hinten. Vor allem, wenn man vorne wieder rauskommt. Also, das war jetzt auf die Luke bezogen. Alles andere. Iiii. Gut. Sabberlingen? Sabberlingen Industries? Um Gottes Willen. Nice. Ähm... Ja, komm, ich bleib mal bei dem... Bei dem magischen... Magnetischen. Nicht magischen. Magnetischen Interaktion. Warte. Iiii. Oh ja, okay. Nicht? Der Nano-Hacker vielleicht? Ich kann damit nicht zielen. Okay. Äh... Ich... Also... Ah. Ich hab hier ein Problem, Leute. Nee. Nee. Moment. Nium. Ich liebe es. Was ist das denn? Ja, bitte kommt doch hier runter. Aha, hier bin ich safe. So, und wenn ihr jetzt richtig doof seid... ... ... ... ... Lama. Äh... 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 Wow. Okay. Okay. Ich bin gerade fast. Das ist schon ein bisschen assi, ne? Ich sterbe gleich. Achso, das ist ein Hapfe. Warum wippen? Ich bin draußen, ich bin draußen. Ey, das ist assi. Ja, wow. Wow. Wo kommt denn das Vieh her? Hä? Ich bin verwirrt. Stand halten. Du gehst mir mit deinem hässlichen Motor, oder? Hier. Richtig auf den Sack, Alter. Geh kacken. Keiner mag dich. So. So. Mit deinem hässlichen... Dingern. So. Was muss ich tun? Aua. Was? Der schießt mir irgendwelche Laser in den Arsch. Oh, das gefällt ihm gar nicht. Ja, hoffentlich. Seine Firewall gibt nach. Kann ich jetzt nicht wieder Stick falsch spielen. Ähm. Aua. Aua. Ist er, ist er tot? Ist er tot? Ist er tot? Ist er, ja, ist er tot. Wiiiuhu. Wiiiuhu. Alter, ihr wollt's echt wissen, ne? Ihr kleinen hässlichen, ne? Oh, wow. Jetzt bin ich wieder runtergeplumpst. Gott. So. What now? Genau. Hm. Gut. Achso. Das ist ganz einfach. Wiiiuhu. 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 Da. Sehr gut. Darwin. Deaktivierungsstufe. Gut. Äh, ich... Warte, ein Mikrofon will nicht. Ähm. Hier ist zu. Wie, das ist Gift? Oh, das hab ich nicht gesehen. Entschuldigt. Ich hab das nicht gecheckt. Ich hab das nicht gecheckt. Pass mal, Wuffe. Ähm. Okay. Eins, zwei, drei. Welp, rot, blau. What do you want from me? Da war die schon die ganze Zeit offen. War die nicht gerade eben zu? Achtung. Sicherheitsleck entdeckt. Volle Absperrungssequenz. Darwin. Die Lagepläne zeigen, dass die nächste Luftschleuse nicht weit ist. Ich sitze gerade daran, den Standort zu bestimmen. Aber du musst zunächst die erste Provokationsphase abschalten. Ich hab jetzt eine Spur von Saber, Darwin. Dauert nicht mehr lang. Klasse. Und woher ist du? Moment. Ich glaube, ich werde gleich dründlich rasiert. Ja, ich auch. Oh. Oh. Hier bleiben eigentlich noch nicht fertig. Aber was halten die denn aus? Na, geht doch. Sehr gut. Soviel dazu. Ach so. Das passt zeitlich. Nice. Kontrollpunkt. Dann nutze ich den doch gerade mal. Letzten Kontrollpunkt speichern. Dankeschön. So. Und nein, ich habe keinen Cut gemacht. Ich bin ja nicht unprofessionell. Ich bitte euch. Bitte. Was ist es und warum geht es nicht auf? Okay. Das da geht dann auch. Ja. Saber. 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 Schlüsselkarte erforderlich. Ja. 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 Okay. Oh ne. Nicht schon wieder der. Oh nö. Scheiße, Alter. Ach so. Da oben muss ich ihn hier auch treffen. Ja. Ich bin so gut. Entschuldig. 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 Entschuldig im Namen der Anklage. Hier. Okay. Jetzt reicht's mehr. Aua. Kacke. Schieße mit dem Saber leiser auf die Tischlampe, um sie zu bewaffnen. Dann kannst du sie als Transportmittel verwenden. Jetzt echt. Ach ne Tischlampe. Und an der nächsten Lampe steht auch schon die nächsten Schlampe. Ne. Warte mal, wo ist denn die? Achso. Ne. Quatsch. Quatsch. Na, das hab ich nicht gedrückt. Das hab ich. Das hab ich nicht gedrückt. Ähm. Ne. Es ist tot. Gut. Äh. Ist hier vielleicht ne Tischlampe? Mal sehen, was das Ding kann. Lol. Wahrscheinlich, Alter. Ha, 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 wie cool. Warum ist der Chip weg? Dada, 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 dada. Okay, nice. Ja, keine Ahnung, was soll ich hier machen? Schlüsselkarte. Höle mich gerne mal. Nein, 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 nein. Darwin? Darwin Project? Bitte nicht. Ah. Aua. Okay. Nice. Darwin? Darwin. Good. Darwin is on the way, Alter. Darwin lässt die Scheiße jetzt krachen. Mit Chips. Eine Tüte Chips. Ja. Ne, keine Ahnung. Sind da Menschen? Oh nö. Nicht schon wieder der Dyson-Ding da. Der gar nicht aussieht wie einer. Aber egal, ich hab ihn mit so getauft. Komm, sterb, sterb, sterb. Ja, sehr gut. Jetzt macht er den Philips-Rasierer. Aua, der hat ja Bolzen. Komm, explode. Nice. Ja. Das sollte Phase 1 der Produktion abschalten. Ich mach mal die Fresse halten. Wie komm ich da rein? How can I get in der? In der. Tür ist verriegelt und kann nicht geöffnet werden. Gut. Ähm. Ja. Okay. Okay, da sind Laser. Laser. Ich muss mal eben ganz kurz schauen, ob wir irgendwo... Okay. Nein, das wollte ich... Das wollte ich... Ah, Alexa, stopp! Halt die Schnauze. Jucht keine. Entschuldigung. Ich wollte jetzt nur verbal werden. Nee, wie komm ich denn da hoch? Da rein, meine ich. Aber die hätte sonst private Dinge gemacht. Auch ich habe ein Privatleben. Ich weiß, man kann es kaum glauben. Wie komm ich da hin? Hm? Hm? Pass auf. Was ist das hier? Hm? Hm, komm her, komm her. Piss dich, Alter! Was mit dir? So machen das wahre Helden. Sie täuschen den Tod vor und kommen dann von hinten. Nice. Ne, jetzt mal ehrlich, wie komm ich da hin? Bin ich wieder blind? Oh. Sobald mich das Ding in sieht... ...mit die Türen zu... Mutsch, mein Butterfly! Ja, schön. Oder muss ich die Überwachungskamera ausschalten? Nice. Bin ich gut oder bin ich gut? Perfektamente, würd ich sagen. Ich zwar nix Kubaner, aber trotzdem kann spielen. Erreden. So, was ist... Was ist das hier? Ähm. Was ist das? Bubenkäfig. Ne, keine Ahnung. So. Wow. Genau. Benutze die elektrofeinschen Powerattacke, um die Roboterarme und ihre Stürme. Cool. Was machen die hier? Was machen die hier? Intel-Chips! Jetzt weiß ich, warum ich jahrelang auf Intel vertraue. Gut. Ich bin heute nicht ganz so gesprächlich. Naja, es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich, äh... ...hatte noch keinen Kaffee. Als ob. Ich dachte, ich könnte kurz den Prozess machen. Okay, der erste Teil des Chip-Produktionsprozesses ist komplett zerstört. Nicht übel. Klasse! Ich habe die zweite Luftschleuse schon für dich geöffnet. Jetzt zur zweite Produktionsphase. Bin schon unterwegs. Ich find's cool, dass wir das alles machen, ohne entdeckt zu werden. Und ich wüsste gerne, ob... Okay. Moot ist tot. Nächste Woche Beerdigung. Ich hab nur leider keine Zeit. Ähm. Was ist da denn passiert? Streugewehr? Sag mal! Sag mal links! Frech! Artig sein! Schnauze! Sonst gibt's mit Schlappen. Achso, das ist Glas. Okay. Und wie komm ich da hin? Oh cool! Danke! Nein! Nehme! Ememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememem Das funktioniert hier heute prächtig gut. Gegner gespammelt. War keine Wecker. Ich bin absolut kein Frühaufsteher. So, und du da oben. Ja, genau. Der kennt da einfach. Ich kann da gar nicht hoch. Oh, stimmt. So, und du? Fickst mich nicht mehr zu. So, Saber-Schips, alle? Schüpp. Ach so. Doch, ich hätte hier hochgekommen. Okay. Alles klar. Nice. Dankeschön. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Freunde. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch. Ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bleibt dran. Ciao.